Ja, es ist natürlich eine europäische Minderheit, aber natürlich sind es auch nationale Minderheiten und der Begriff europäische Minderheit soll ja nicht bedeuten, dass wir die nationale Ebene außen vor lassen und entschuldigen, wenn sie nichts tut. Im Gegenteil, sie muss was tun, aber dennoch muss Europa versuchen, jedenfalls mit den NGOs, mit denen vor Ort, mit den Romern natürlich selbst, schauen, dass wir zumindest die Probleme lösen, die dringend da sind und nationale Regierungen ein bisschen unter Zugzwang machen. Vielen Dank.